Ah David, was passiert? Alles gut? Alles gut. Was ist denn los? Brauchst du was? Ja, ich habe ein Paket hier von Main. Ist Pilar hier? Bruder, ist für dich! Erst dein Bruder? Nein, er hat dir was gesendet. Hol's dir. Es ist hier! Wow, ist das der Junge, der für ein paar dieser Zeitwände getötet hat? Soll ich dich jetzt entschuldigen oder so? Hast du was anderes für mich zu tun? Bruder, ist das alles für heute? Ja, piss dich! Und gib mir noch Trinkgeld! Kack doch selber ab, du geiziger Arsch! Also war's, dass du heute... Äh, ja, was auch immer. Sieht wohl so aus. Was soll's? Wow, so viel Trinkgeld! Du bist schon ein Süßer. Hä? Bis später, David!